Hi, danke fürs Einschalten. Ickel ist das neueste Album oder das erste Album von Philo. Es ist, ja, ziemlich dumm, aber ziemlich unterhaltsam, sag ich mal so. Es gibt manche Songs, wie Azusa Tag 1 oder Picaldi, die ich sterbenslangweilig finde. Wirklich sterbenslangweilig, aber das sind auch diese langweiligeren, aber auch langsameren Songs. Meiner Meinung nach aber, sobald das Tempo etwas zunimmt bei den Songs, wie bei Ratzfatz oder Potspits oder eigentlich fast allen anderen Songs als die beiden, die ich gerade genannt habe, ist es eigentlich wirklich unterhaltsam. Ja, selbst wenn es ein bisschen eintönig ist, kann man es sich trotzdem noch sehr gut anhören. Mein liebiges Song ist Rasenschach. Ja, selbst wenn es ein bisschen eintönig ist, kann man es sich trotzdem noch sehr gut anhören. Ja, selbst wenn es ein bisschen eintönig ist, kann man es sich trotzdem noch sehr gut anhören.